Wieder telefonieren. Ich habe mal gehört, dass das mit dem Handy auch gehen soll. Ich will ja gar nicht von irgendwelchen Festnetzgeräten sprechen, die du noch hast oder geschweige denn Telefonen, die noch an der Wand hängen, wie das früher im Flur häufig der Fall war. Oder noch früher, wo man an dem Ding so eine Leier drehen musste, damit der Strom reingeht und man dann telefoniert. Und das Telefon ist eine wichtige Erfindung der Menschheit gewesen. Und in der heutigen Zeit, in unserer heutigen Zeit fällt doch immer wieder auf, dass wir natürlich andere Kommunikationskanäle haben. Dass wir nicht nur telefonieren oder dass wir vielleicht weniger telefonieren. Und dafür mehr E-Mails lesen mit den ganzen Anhängen und mit allen Möglichkeiten, die es da gibt. Da kann ich ein Foto dranhängen, da kann ich Videos dranhängen, Audiobotschaften und so weiter. Ich kann vor allen Dingen aber in den sozialen Netzwerken etwas schreiben. Und ich kann etwas in einem Chat schreiben. Und Chats werden immer aktueller. Jetzt neuerdings in einer politischen Affäre auch wieder, wo man sagt, ach, die Leute haben hin und her geschrieben. Und früher waren das die SMS, heute ist es bei WhatsApp, Telegram, Gott weiß wo. Als Möglichkeit Facebook und diesen großen sozialen Netzwerken oder Twitter, wo man ständig Nachrichten verschicken kann und auch empfangen kann. Und daran teilnehmen kann, an einer Welt des gemeinsamen Austauschs, der gemeinsamen Kommunikation, wo hin und her geschrieben wird. Und ab und zu vielleicht das angefügt wird in Form eines Emojis oder in Form eines Bildes oder Filmes. Aber doch dieser Schreibstil, dieser Dialog, dieser schreibende Dialog im Vordergrund steht. Und es viele Menschen gibt, die täglich im Büro arbeiten und erstmal ihre ganzen E-Mail-Schlangen abarbeiten müssen. Das heißt also, du musst die E-Mails erstmal sichten. Da musst du dir darüber im Klaren werden, was da drin steht. Und beantwortest du sie, machst deine Recherchearbeit, die dazu gehört und so weiter. Und schon ist ein Vormittag vergangen oder doch eine relativ lange Zeit vergangen mit all dem. Es hat natürlich den Vorteil, es ist nicht ein Telefongespräch, das wartet, das eine Warteschlange ist, das ein Besetztzeichen hört, sondern die ganzen Nachrichten, die ganzen Kommunikationswege sind aufgehoben und können dann abgearbeitet werden. Und das kann ich natürlich bei einem Chat genauso. Es hat also große, sehr große Vorteile, sonst hätte man das technisch gar nicht erfunden oder entwickelt, diese Möglichkeiten der Kommunikation. Aber was ich mit all dem sagen will, ist es vielleicht nicht in dem einen oder anderen Fall wieder zu einseitig geworden, nur noch Chats zu bedienen. Sich nur noch in ewigen Dialogschleifen zu bewegen. Also ich habe wiederholt schon gesagt, dass ich Leute aus meinen Bereichen rausnehme, also aus den privaten Bereichen der Chats in sozialen Netzwerken, wenn ich merke, es geht ständig hin und her und dann kommt noch ein Wow und noch ein Ausrufezeichen und noch ein Kommentar. Und dann gibt es die vielen Leute, die wollen immer das letzte Wort haben, also wirklich buchstäblich das letzte Wort haben in so einem Ding und setzen dann noch einen drauf. Das ist mir zu, ich sage es ganz offen, ganz zu widerlich. Also solche Leute schmeiße ich dann raus. Das interessiert mich überhaupt nicht mehr, weil sich da etwas verselbstständigt hat. Und weil da etwas eine Eigendynamik angenommen hat, dem das gar nicht zusteht, also diese Art von Kommunikation, dann ist es viel besser, man trifft sich direkt im Wald oder von mir aus im Abgrund oder im Wasser oder was weiß ich und lernt sich mal wieder persönlich kennen und hat einen persönlichen Umgang und dadurch ein umfassendes Gefühl vor allen Dingen von dem anderen Menschen und sich selber. Oder man telefoniert. Das soll ja auch noch eine Möglichkeit sein, die auch bei Handys möglich ist. Also es ist ironisch gemeint zu sagen, Handy ist ja auch deswegen da, dass man telefonieren kann. Und heute hat man oft den Eindruck, mit dem Handy wird alles Mögliche gemacht. Das ist ja der Computerersatz überhaupt geworden. Und das ist so einerseits gut so. Da gibt es viele Möglichkeiten. Das Handy ist geradezu ein Kommunikations-, ein kognitives Organ unserer selbst. Nennen wir es gerne mal kognitiv, weil wir hier mit dieser Nomenklatur umgehen häufig. Aber man könnte auch das Handy öfter zum Telefonieren nutzen. Und zu sagen, ich lasse mir jetzt Zeit, ich mache das nicht über Tor und Angel oder beim Autofahren oder so zwischendurch, während ich noch was anderes mache, sondern ich nehme mir Zeit, begrenzte Zeit, um mit jemandem zu telefonieren. Und dann habe ich mal wieder einen Eindruck bekommen von mir und der Person, dann ist da wenigstens ein verbaler Dialog, ein fühlbarer Stimmenrhythmus-Dialog. Die Stimme des einen, die Stimme des anderen. Und aus der Stimme kann man viel, viel, viel mehr deuten oder erschlüsseln geradezu, als wenn man jetzt nur schreibt. Im Schreiben bist du manchmal darauf angewiesen, zu überlegen, wie hat er das jetzt wohl gemeint. Da entstehen sehr viele Missverständnisse. Vor allem entstehen Missverständnisse beim Schreiben. Das fällt auf. Sprache lädt immer wieder geradezu dazu ein, dass man verschiedene Deutungshoheiten hat. Und das habe ich jetzt im Telefongespräch nicht unbedingt. Auch da entstehen natürlich Missverständnisse, wie auch überhaupt im leibhaftigen Leben. Selbst in der tiefsten Intimität entstehen Missverständnisse. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns, wenn wir uns telefonieren, spüren, hören, nicht so sehr da hineingeraten, ist einfach größer, als jetzt nur durch Chat-Dialoge, die wir haben. Also dieses Telefongespräch, das einen dann doch fühlen lässt, da ist jemand da und der ist so und so drauf wahrscheinlich. Und wir reden darüber und finden ein paar Sätze über die Befindlichkeit oder haben eben das geschäftliche Anliegen. Und der Geschäftspartner hört mal endlich auch den anderen, den er noch nie gesehen hat und den er vielleicht auch ganz selten sieht. Und sagt, ach, ist das toll, auch den mal wieder zu hören, diese Stimme am Telefon. Oh, Mr. X, ist das schön, dass Sie mal wieder am Telefon sind und dass wir das jetzt mal direkt auch besprechen können. Und das ist eine ganz andere Atmosphäre und es entstehen dadurch ganz andere Wirkungen. Auch viel zuversichtliche Wirkungen, nicht mehr so gestresst zu sein durch ewige nur Beantwortereien von schriftlichen Sachen und Hin- und Her-Dialogen, sondern es ist etwas Berührbares im weitesten Sinne, also im wahrsten Sinne des Wortes. Berührbar. Und wenn du das Telefongespräch dann begrenzt und vor allen Dingen, wenn die Telefongesprächspartner es verstehen, auch das Telefon so zu nutzen, wie man ein Telefon nutzt, nämlich nicht überbordend, wie das früher auch oft der Fall war, wo man dann nächtelang telefoniert hat oder stundenlang telefoniert hat und vom Hundertsten ins Tausendste gekommen ist, aber nicht bei der Sache, die der eigentliche Anlass ist, wo dann ein Chef oder eine Abteilungsleiterin zu Recht gesagt hat, was machen die Mitarbeiter, die telefonieren ja ständig rum, aber es ist nicht effektiv für unsere Firma, für unser Unternehmen in der Art. Das sind natürlich Sachen, die auch sonst passieren können. Aber diese Zeiten sind ja vorbei, es ist ja seltener geworden und dadurch ist es anonymer. Ich spreche oft hier von Anonymität im Internet, ich spreche oft von der Anonymität in virtuellen Welten und da handelt es sich ja wieder auch um virtuelle Welten, wo wir isoliert sind und aus der Isolation heraus dann schräge Sachen passieren, in diesem übertragenen Sinne des Wortes, in diesem symbolischen Sinne des Wortes. Und wenn wir direkt miteinander kommunizieren würden, wir oft Unklarheiten aus dem Weg schaffen und zwar mit einem Telefongespräch, das vielleicht zwei Minuten dauert oder eine Minute dauert oder vielleicht auch mal fünf Minuten dauert, aber wir uns vieles sparen könnten an Unklarheiten, an Ungereimtheiten, an Verletztheiten, an Borniertheiten und sowas, sondern uns einfach begegnen und froh sind, eine Stimme da zu haben, so wie der auch vielleicht froh ist, dass er uns als Stimme wahrnimmt und dadurch ein ganz anderer Umgang stattfindet. Ich will damit sagen, also viele Dinge könnten wir im Leben wieder dadurch besser kommunizieren und auch damit erledigen und bewältigen als Folge, als eben nur noch auf diese Chats zu achten oder vielleicht dann nur noch auf eine Zoom-Konferenz, die uns natürlich vorgaukelt, dass dein Gegenüber ist und da sieht man dem im Gesicht und der hat eine tolle FaceTime-Kamera, aber eigentlich langweilt es dich auch. Es ist immer so das Gleiche zu sehen, es ist schon schön ein Bildchen zu sehen, aber es ist auch eine gewisse Regression, einfach nur immer wieder Bilder vorgegaukelt zu haben. Also wenn du daran denkst, wie oft dir Bilder von Menschen konterweise begegnen, in der Alltäglichkeit, auf jedem Lastwagen ist mittlerweile ein Bild von einem Menschen aufgedruckt, in Riesenformaten, auf Plakaten und überhaupt auch in den Bildern, medialen Welten, Videos und Werbung sowieso. Und damit haben wir viel zu viel zu tun. Ich denke, das ist ja noch mal ein eigenes ästhetisches Phänomen, das ständig auf uns einprasselt, aber jemanden nur jetzt am Telefon zu hören oder wie diese Stimme, die du jetzt hier hörst von mir, ist schon was anderes auch. Da kannst du viel reingeben, du kannst auch spüren, welche Intentionen hat derjenige, aber irgendwas bleibt dann offen und irgendwo ist das Offene, mit deiner Fantasie zu bestücken und auszugleichen und insofern nicht nur immer was Gegenständliches oder wie gesagt in dem schriftlichen, der ewige Dialog, der schriftlich hin und her geht, sondern es sich auch immer mal wieder lohnt, ein Telefongespräch zu haben. Und oft sind die sehr erbaulich, Telefongespräche. Manchmal sind sie natürlich auch ernüchternd oder manchmal führen sie zu einem Zorn oder welchen Affekten auch immer. Aber es ist was menschlich Verbindendes. Es gab früher ja mal auch diese Telefonwerbung, Telefonieren verbindet oder in dem Zusammenhang auch an den Telefonzellen, fasse dich kurz. Und dieses Kurzfassen ist auch schon was Wichtiges, um da nicht auszuufern. Und die Telefonseelsorger könnte ein Lied davon singen, welche Menschen ausufernd auch ständig anrufen, damit sie überhaupt nur Kontakt haben zu jemandem. Das ist natürlich dann auch wieder einseitig. Aber hier, um es zum Abschluss zu sagen, das Plädoyer wieder telefonieren, wenn man telefonieren kann. Und das natürlich unter der Kontrollmöglichkeit oder Ausgleichsmöglichkeit, wann ist Telefonieren angebracht und wann eben nicht. Und wie lang kann es sein und wie kurz kann es sein und all das. Oder mit meinem Handy geht das auch.